Euer in der Nähe ist ein Nanderman. Flowstone Konstruktion. Selbst wünschte mir da was Fisch rausnehmen, bringt das nichts. Außer auch gar nicht. Öfen können wir auch mal leer machen, da ist auch noch Fisch drin. Super. Aber genau deswegen, wir wussten ja von der alten Welt, dass wir mit einem Speicherzellen nicht hinbekommen. Ja. Ja. Das hat ja glaube ich der Robert zuerst gebaut. Mit zwei 1K Speicherzellen oder so, die waren ja, wir haben da nur unsere Hälfte unseres Inventars reingetan und da war doch schon voll. Nee, nee, ich meine schon, dass wir das wussten, dass wir bei den Lebensmitteln nicht mit einer Speicherzelle mit 64 hinkommen. am Anfang vielleicht aber. so. 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 Ich benötige bitte eine Werkbank, die müsste mir jemand craften. Mach ich. Sekunde. Kein normales Holz mehr? Ernsthaft? Ach ja. Nächste Zeit. Oh, hauptsache. Ich komme jetzt wieder runter. Jo. So, Eisenbarren, Quarzglas, Fluix-Kristall. Dankeschön. Quarzglas, Eisenbarren. Okay. Aha. Interessant. Falsch gemacht. Nach Kalkulationsprozessor. Davon. Brauchst du noch ein bisschen von dem ziemlich klaren Glas? Auch nett. Hast du eigentlich mal genug, ne? Ja, da habe ich genug. Eine viel größere Bank, was hast du denn jetzt gemacht? Äh, ich habe aus einer normalen Konsole eine Fertigungskonsole gemacht für das Holz- und Stein-Dingens. Ah, okay. So, jetzt benötige ich... Ah, warte mal, den Kondensator habe ich auch noch irgendwo rumfliegt, glaube ich. Ah, da, ja. Sensator, Energieverbindung. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, dass Gestein und Holz ME an den Strom anschließen, das heißt, das muss irgendwo hier hin. Ähm, die Pflanzensamen kommen aber nicht unten mit rein, ne? In das ME, oder? Äh, ne, das ist ja nichts zu essen. Da kommen wirklich nur Nahrungsmittel und Nahrungsgrundlagen rein, würde ich sagen. So einfach zu halten, wirst du? Fertig. Ich überlege gerade, wo ich am besten das... Ah, warte, erstmal gehen wir nach oben und gucken, wo wir die Konsole hinsetzen. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht hier dran? Ja... Und dann führt das hier so nach unten. Wir müssen mal gucken. Hier ist ja der Keller vorbei. Ähm... Stellst du dich noch mal ganz kurz da hin? Ja, Sekunde. Also das macht dann mal eben so ganz knapp, äh, 20 leere Truhen. Ja. Oh, nicht schlecht. So, ich stehe jetzt genau da drüber. Äh, warte mal, wo bist du? Ah, da, okay. Du stehst jetzt genau da drüber? Also du guckst quasi jetzt auf die Treppe wieder, ja? Ja. Ich hab den Block X mal weggemacht. Ich stehe jetzt da, wo jetzt die Fettungskonsole stehen würde. Und ich jetzt nach unten gehen würde. Ja. Oha, noch mehr. Oh, hallo Schmelze. Ja, das passt aber. Ist noch an der Schmelze vorbei. Ja. Aber kannst du mal gucken, ob die Schmelze noch an ist? Kann ich machen. Obwohl, die dürfte eigentlich an sein. Wir haben ja nichts davon abgebaut, oder? Ja, nur zur Sicherheit. Sieht an aus. Ja, die ist an. Okay. Oh. Ja. Okay, wir sind mittlerweile ganz locker bei 25 Leandronen. Okay. Hohoho. Ho. Alter. Ja, alleine schon durch den Fisch. 64, 64, 64. So, das sind jetzt drei 64er Zellen. Für, äh, Holz und Gestein. Und hier ist ne Fertigungskonsole. Ja. Also, auch hier kann jetzt befüllt werden, Leute. Ähm, da tue ich schon mal ein bisschen Gestein rein. Bitteschön. Da bin ich jetzt mal gespannt. Spaß. Hm? Ich dachte, viel Spaß. Ja. Ich hab gerade eben gedacht, oh, geil, bist ja bald fertig. Ja, und dann finde ich noch mehr Truhen mit Fisch, ey. Wo auch immer die überall verteilt sind. Vor allen Dingen sind einige gar nicht beschriftet, ey. Ja. Das ist Obsidian. Das ist auch Obsidian. Stein. Gestein. Gestein. Ja, vor allem hier ist ja auch die ganze Reihe Gestein, ne? Ja, ich glaub, ich hab vier Gänge mit Gesteinstruhen. Also, viel Spaß. Ja. Boah, was... Was... Mein Sichtfeld verändert sich die ganze Zeit voll komisch, als würde ich zoomen und doch wieder nicht. Lass mal deine Hose auf. Deine Hose. Echt jetzt? Ja. Wow. Wow. Ah, das nicht mit E beenden, das kotzt mich an. Was meinst du, was ich jetzt an Tieren hatte gerade? Wirklich, ne? Ja. Ein bisschen. Oh, mein Hose ist leer, das ist nämlich schon mal so langsam. Ja, und du fängst auf einmal an zu gucken, als wärst du besoffen. Sieht auch irgendwie ganz komisch an. Geh mal kurz mal ne Hose aufladen. Ja. Dann bin ich nämlich dann immer schneller. Soll das, ähm, Obsidian auch in die, ähm, ME? Ja.